Wir tanzen. Side, vor, rück, side, rück, side, vor. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Und wichtig ist, dass ihr immer alle Beine durchdrückt. Eins, zwei, drei, vier. Side, vor, rück, side, rück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins. Ganz einfach, oder? So, das machen wir mal. Und jetzt, Achtung, das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei. Genau, endlich, wir machen Cha-Cha-Cha. Das könnt ihr auch tanzen, so oft ihr wollt. Und dann geht es wieder irgendwann in den Grundschritt hinein. Mal zurückkommen. Zwei, drei, vier, wieder Grundschritt. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, dann eins. Einmal Grundschritt. Und dann gehen wir heraus. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs.